Servus Leute, wir durften vorstellen, wir sind die Chaos-Truppe, bestehend aus dem Max und mir. Genau, mir dem Sascha. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob wir das jetzt hier als Let's Play gelten wollen oder so, keine Ahnung. Das können wir dann noch besprechen, Max. Wir wollen jetzt hier gerade mal nur eine Runde fliegen, ein bisschen dabei quatschen, uns vorstellen. Das ging fix. Was denn? Peint-Kontakt. Also, genau. Also, ja, willkommen auf unserem YouTube-Channel. Wir sind neu mit dabei. Also noch gut. Ja gut, okay. Sagen wir einfach, wir sind neu. Mit dem Gaming-Channel sind wir jetzt neu dabei. Genau. Ähm, ja, wir machen Let's Play rund um, ja, alles was man so spielt. World of Warplanes, World of Tanks und, ja. Ja, aber ja. Auch noch andere Spiele. Also. Ja, aber bei denen wissen wir noch nicht zu 100% dass wir es machen. Alter. Ist jetzt nur mal so. Was, wo bist du eigentlich? Weg. Ja, okay, jetzt. Du müsst bei mir ganz in der Nähe sein. Rakete, Feuer! Wie, wie, wie fällt mir die nochmal ab? Mit Erg, ja? Oh. Ich hab über Joystick. Der Kau. Oh je. Butch. Okay, und noch eine. Butch. Okay. Das war einfach. Zu einfach. Ähm, ja, also wir können ja dann auch nochmal gucken, über was wir alles machen und so. Ne? Wir müssen da uns ja jetzt nicht festlegen oder so. Ne. Ich geh jetzt erstmal auf den Jäger drauf. Ja, warte mal, ich komm mal zu dir. Vielleicht kann ich dir helfen. Ich sehe gar keinen Jäger. Wo sind die Jäger? Ach, da. Da hin. Das ist ein schwerer, den nehmen wir uns vor. Ja, warte mal, die werden irgendwie... Für die von euch, die, die... Entschuldige. Ja? Entschuldige, ich wollte die nicht ins Wort fallen. Achso, nee, hat's... Ich hab nix gesagt. Für die von euch, die das Spiel nicht kennen sollten und sich entscheiden sollten, das zu spielen. Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Was ist das? Ja, fuck. Scheiße. Hast du mich gar abknallt? Nein. Dann helf mir mal, ich stehe unter dem Schuss. Ja, ich... Häng mich schon dran an den. Flieg mal nach links. Okay, der ist nicht mehr hinter dir. Er ist abgestürzt. Warte mal, da kommt ein nächster. Trotzdem stehe ich hier noch unter dem Schuss. Ich hab noch zwei Herzen. Naja. Ja. Hier seht ihr gerade, was mit mir passiert ist. Dafür gucken wir jetzt unserem lieben Teamkameraden zu, der keine Raketen mehr hat. Nein! Aber dieses Flugzeug, das ist so lahm. Das ist so lahm. Es brennt, es brennt. Die Schlampe brennt. Geil. Ihr müsst noch wissen, wir haben die brennbare Munition drin. Nein, es brennt nicht mehr! Und mein Maschinengewehr ist überlastet. Scheiße. Ja, dann schlägt es dem nur ein bisschen hinterher. Und du hast an dem Nacken sitzen. Okay, du hattest zumindest. Ah, so war das. Achtung, Achtung, Achtung! Scheiße, sah das gerade eng aus. Oh, wow! Scheiße! Komm jetzt! Alter, was ist das denn bitte für ein geiler Brocken? Von uns hier. Was ist denn? Welter? Boah, nur Flügler. Oh nein, macht der da? Geil. Das ist deutscher nur Flügler. Ja, stark. Ich finde das Ding absolut pottenhässlich. Ich finde den stark. Für alle Indiana Jones-Fans von euch. Dann kennt ihr den wahrscheinlich auch. Also dann kennt ihr wahrscheinlich auch die deutschen Flieger. Alter, der hat vier... Der kann vier Raketen fassen. Geilo. Was ist denn das ja gut? Entschuldigung, Kev, ich wollte dich gerade nicht nachmachen. Hä? Hm? Wo hat er denn Raketen? Ich sehe doch gar nichts. Ähm, die schwarzen Schlitze. Das ist ein Raketenhalter. Oder Bomben. Ich tippe ja auf Bomben, weil das ist ein... Hat ja gar keiner mehr. Ich weiß nicht. Muss eine Jäger hin. Ach, da ist sie was. Oh, der tischt. Oh, siehst du das Flugzeug da unten? Hä? Welches? Da unten das große. Da unten ist ein größtes Flugzeug bei den Schiffen. Bei den Feindlichen. Warte. Jetzt kommt's durch die Propeller in Sicht. What? Ach ja, da unten. Ja, ja. Ja. Da ist mir letztens aufgefallen, da bin ich schon plötzlich gegen geflogen. Ja. Ich bin so ein Idiot. Da soll's aber zum Kuscheln kommen. Lass mich mit Joystick spiel ich noch nicht lange. Da soll's doch nicht mit dem kuscheln. Ei, ei, ei. Ich find das Flugzeug sieht stark aus. Ja. Und guck dir mal an, wie viele Trefferpunkte das hat. Sieht, also ich find, das sieht bös hässlich aus. Ja, aber trotzdem. 450 Trefferpunkte. Jetzt mal ehrlich, was willst du denn mehr für Stufe 3? Ich hab grad mal 100. Alter, alter, alter. Gut. Erste Spiel aufgenommen. Wollen wir hier einen Cut setzen? Ja, würd ich vorschlagen. Ja, okay. Also cutten kann ich nicht gut, ne? Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.